Seit einigen Wochen ist die Hypo-Alpe Adria auch hier angekommen. Am Tisch des Präsidenten des Verfassungsgerichtshofes, Gerhard Holzinger, liegen bereits mehr als ein Dutzend Klagen gegen die Abwicklung der Hypo. Ist das einer der entscheidendsten und bedeutendsten Fälle, den Sie in Ihrer Zeit als VfGH-Präsident behandeln werden? Das kann man schon sagen. Ich bin jetzt bald 20 Jahre insgesamt im Verfassungsgerichtshof und jetzt mehr als sieben Jahre Präsident des Verfassungsgerichtshofes. Und das ist sicher einer der Fälle, der am herausforderndsten ist. Was macht diesen Fall so herausfordernd? Das eine ist, juristisch ist es interessant, dass hier greift der Gesetzgeber durch eine gesetzliche Regelung unmittelbar in Ansprüche ein. Es geht ja darum, dass Verbindlichkeiten oder auf Deutsch gesagt Schulden, die eine Bank gegenüber Gläubigern hat, durch Gesetz als Erloschen erklärt werden. Das ist juristisch eine sehr interessante Fragestellung, die nicht so oft in dieser Form vorkommt. Das zweite ist natürlich die ökonomische Bedeutung der Sache. Da geht es um sehr, sehr viel Geld. Und das dritte ist natürlich auch die politische Dimension. Und man darf eines nicht übersehen, wenn es, wenn die Antragsteller Erfolg haben und jeweils die Bestimmungen, die von ihnen bekämpft wurden, aufgehoben werden, dann ist natürlich das ganze Gesetz infrage gestellt. Also um ein Beispiel zu nennen, wenn da die X-Bank mit ihrem Antrag Recht bekommt, dann wären jene Bestimmungen, die die Darlehen der X-Bank an die Hypoalpe Adria International betreffen, wären jene Bestimmungen aufgehoben. Aber dann stellt sich natürlich auch die Frage, was ist mit den anderen? Das heißt, soweit ich das jetzt einschätzen kann, wird es so sein, wenn da Teile aufgehoben werden, ist das ganze Gesetz mehr oder weniger infrage gestellt. Wenn schon nicht juristisch, dann jedenfalls aus Praktikabilitätsgründen. Wovon rechnen Sie denn mit einem Urteil aus Ihren Erfahrungswerten, die Sie momentan haben? Es ist so, wir haben jetzt die bisher vorliegenden Anträge der Bundesregierung und den anderen von mir genannten Stellen übermittelt mit einer Frist bis Anfang des nächsten Jahres. Und dann wird man sicher in der Session, die Mitte Februar bis Mitte März geht, wird man über diese Angelegenheit einmal im Gerichtshof schon beraten. Aber ich glaube, wenn man das realistisch betrachtet, wird vor dem Sommer das nicht abgeschlossen werden können. Das heißt, realistisch ist es, dass es im Sommer, allenfalls auch im Frühherbst, zu einer Entscheidung kommt. Das würde ich aufgrund meiner Erfahrung so einschätzen. Vorbehaltlich, es ergibt sich irgendetwas, was die Sache kompliziert als besonders oder noch komplizierter erscheinen lässt, als ich sie ohne dies schon einschätze. Selbst der Justizminister hat gesagt, es gebe keine Garantie, dass dieses Gesetz, das Hypo-Gesetz, halten werde. Wie geht es Ihnen dabei, wenn die Regierung selbst Gesetze schreibt und sich da selbst nicht wirklich sicher ist, ob die verfassungsgemäß sind? Ja, ich bin jetzt schon sehr, sehr lange in diesem Geschäft, also was Verfassungsrecht anlang. Ich arbeite jetzt seit bald 40 Jahren als Verfassungsjurist. 20 Jahre davon habe ich im Bundeskanzleramt in einer quasi beratenden, die Politik beratenden Funktion gearbeitet und dort die Erfahrung gemacht, dass die Politik halt mitunter die Möglichkeiten und die Grenzen auslotet und quasi versucht, so weit zu gehen, wie sie das halt aus rechtspolitischen Gründen gerne hätte. Das führt dann dazu, dass halt hin und wieder Gesetze aufgehoben werden. Auf der anderen Seite muss man auch einräumen, das sind alles sehr, sehr komplizierte Fragen. Und ob die Bundesregierung mit ihrer Einschätzung, dass sie hier verfassungskonform vorgegangen ist, letztlich Recht behält, das wird sich zeigen, wenn wir unsere Entscheidung getroffen haben. Künftig müssen auch Verfassungsrichter ihre Nebentätigkeiten offenlegen. Sie haben das bis jetzt schon auf Ihrer Homepage auch gemacht, in einer Selbstverpflichtung. Jetzt ist es aber so, dass einer der Richter im Verfassungsgerichtshof auch Gesellschaft eines Wirtschaftsprüfers ist, der für die Hypoalpe Adria gearbeitet hat. Sind diese Nebentätigkeiten der Verfassungsrichter nicht auch eine Belastung für das Image und die Glaubwürdigkeit des Verfassungsgerichtshofs? Da gibt es eine strikte Regel, die bei uns ganz penibel eingehalten wird. Wenn jemand in irgendeiner Weise mit einer Rechtssache in seiner sonstigen beruflichen Tätigkeit zu tun hat, dann scheidet er aus dem Kollegium aus. Dann wird ein Ersatzmitglied an seiner Stelle einberufen und der Betreffende wirkt daran nicht mit. Das funktioniert sehr gut. Es hat noch nie jemand versucht, in einer Sache hier seine persönlichen beruflichen Interessen aus dem anderen Beruf mit der des Verfassungsrichters zu verbinden. Ganz im Gegenteil, da werden oft sehr, sehr strenge Maßstäbe angelegt, so strenge, dass man manchmal sagt, na, aber das ist jetzt eigentlich doch schon übertrieben. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020